Big Data, machen wir uns zum gläsernen Menschen? Am 2. Dezember veranstaltet der Raiffeisenverband im Walterhaus Bozen einen Kongress zu Chancen und Entwicklung der Digitalisierung. Was Passanten in Bozen zu Big Data sagen? Big Data, man muss sagen, das ist ja ganz. Ganz viele Daten. Und es wird immer mehr und mehr und irgendwo ein bisschen creepy. Also irgendwie doch ein bisschen beängstigend, dass man überwacht wird und da und immer mehr und mehr Daten von einem gesammelt werden. Und eigentlich, ja, das Handy. Big Data? Niente. Big Data? Uh, was kann ich mir in die Idee? Nichts? Nix. Big ist groß. Data? Data, Big Data. Kanonen. Unendliche Datenmengen und unendliche Unübersichtlichkeit, wer woran kommt. Gar nicht zeitlich, wenn ich ganz anders bin, gar nichts. Ja, Dekollegamente, Internet, per le Familii, qualcosa di questo genere. Nie gehört. Ich kenne den Begriff nicht. Big Data. Ah, Big Data. Weiß ich nicht. Noch nie gehört. Ist mir kein Begriff. Das sagt mir jetzt gar nichts, gell? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das jetzt platzieren soll. Niente. Soll das überhaupt heißen? Ich kenne nicht, das Wort. Nein, das habe ich gar nicht gehört. Google zum Beispiel oder Daten sammeln bei Online-Kauf oder sowas. Man stellt sich nicht aus, du bist heute überall kontrolliert, nicht von dem ganzen System schon. Und deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Big Data, Big Brother. Big Brother. Big Brother. Big Brother. Big Brother. Ich kenne mich zu den,den wir mal, schuess dich zu hören. Mein Gym ist in der ganzen Welt.